so hallo wir haben zwar irgendwie sieht das so ort ist wenn wir gar nichts geschafft haben weil wir sind irgendwie immer noch genau da wie wo wir in der letzten folge waren aber wir haben einen stecker und dazu müssen wir wohl an diese schalltafel ganz am anfang naja ich hoffe ich finde das wieder die dinger gehen einem echt auf die nüsse so hier ist der fahrstuhl so weit eigentlich gar nicht mehr sein ich glaube ich würde gleich mal eben so ein midi pack nehmen und ziel doch oh man als wenn man hier fünf sekunden latenz hat die objekte heilung nehmen wir mal mittleres so und weiter und noch einer der ist gekonnt ignoriert so hier ist wieder die schleuse sie zielt nicht sie schießt mich unglaublich so langsam ist es auch gut gewesen hier unten finde ich persönlich war zwar am anfang ganz nett aber jetzt ist es doch echt eher langweilig vor allem so langsam so was was kann man auf jeden fall speichern glaube ich so wo haben wir das denkende objekte stecker benutzen möchtest du es benutzen ja sicher und die schleuse geht auf maschinen kühl aquädukte die rolltose sind geöffnet aber ich werde trotzdem noch mal speichern glaube ich dass ich den ganzen klatteradatschi gleich noch mal machen darf dann können wir bei gelegenheit ja noch mal in den shop gucken nichts vorhanden munition ja ja kann ich schaden so speichern ja 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 gut auch zur schleuse ich hoffe dass das letzte mal aber wenn ich so überlege muss ich ja jetzt eigentlich alles erledigt haben ja wie gesagt wer weiß was hier noch passiert das war zu früh kommt wieder von hinten gut zu noch einer ja halleluja halleluja da oben waren wir schon da haben wir alles eingesammelt ja ich sehe es wieder ein schatten ja komm egal cool haben wir genug wir spielen ja auch leicht weil wir wollen ja Spaß haben wir sind schnell wir sind schnell wir sind 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 jetzt auch einfach nur speichern einfach überschreiben wie gesagt das ist ja immer für eine überraschung gut hier und hoch da ja ja und die schleusen sind auf sehr gut wir sind und da haben wir auch schon was und da haben wir auch schon was und nimm das ID-Karte Edward City hier haben wir noch Kollegen die Sauerstoffleitung dieses Tauchanzugs ist hinten abgeschnitten oder abgerissen abgebissen worden tja das ist natürlich nicht der Optimalfall echt noch was keine neue Dino-Datei die können wir auch noch schon 17 Meter Länge 17 Meter Länge ne können wir nicht ich lese das jetzt nicht alles vor da hab ich hier nö war ich nicht wir benutzen lieber den Aufzug und wir nach unten und hier ist der dritte Energiereaktor ja da wollten wir hin der guckse in der guckse in Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ach, das war es schon. Okay. Das war nicht hier. Geh jetzt nochmal speichern. Ich will jetzt hier raus. Ja, hier liegt ein Minipack. Da muss man hier wohl hoch. Und das ist ganz gut. Die verraten halt immer so ein bisschen, wo man hin muss. Oh. Okay, das ist nicht ganz leicht mit der Steuerung hier. Muss ich ja sagen. Vor allem, wenn das Bild im Sprung umschwitscht. Umschwitscht. Noch ein Minipack. Was ist denn hier los? Ich muss mich wieder ziemlich genau ausrichten. Aber wenn man hier runterfällt, dann kann man wieder ganz von vorne anfangen. Und das war sehr ärgerlich. Aber das geht anscheinend noch hier. Oh, 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 oh. Das war knapp. So, wenn man jetzt nicht hier noch irgendwo hängenbleiben. Wenn jetzt wieder das Bild rum... Ja, das meinte ich. Okay. Ach, Minipack. Okay, wir haben genug. Ah ja, gut. Ist ja auch nicht schlecht. So, da müsste hier unsere Karte passen. Ja. Nö. Geht so ohne Karte. Auch gut. Endlich. Oberfläche. Möchtest du den Aufzug benutzen? Ja. 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 Ja.